ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vom ls 19 schön dass ihr wieder mit dabei seid und wir versuchen noch hier unsere viecher zu füttern leider keine pdf dabei die es erläutert was wo gemacht wird aber so kann halt ein bisschen heraus tüften sowie dem neuen spiel ist ja nicht anders hier noch ein kind vielleicht wäre sie lage doch irgendwie ja ja Ja. You're like a fuck in here. Vielleicht müssen wir auch hier mit einem und leider arbeiten. Mal gucken. Ach ja. 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 Geek. Das schon mal raus. Dann halten wir nur den Frontlader voll. Das schon. Ach Mensch. Na ja, zum Testen reicht es erst mal. Und dann können wir es ja immer noch irgendwie kippen, vielleicht sogar hier unten gibt es ja die, ja was in Paletten das umformt, hier. Paletten eher doch, oder Big Packs besser gesagt. Ja. 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 Wind. Wir hatten ja ein Teleskop, glaube ich. Wo ist der denn? 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 Dann schauen wir mal rüber, ob das so klappt. Dann müssen wir natürlich ordentlich schaufeln. Okay, ne? Och, wo ist der denn, wo ist der denn? wirklich nur Stroh hier. Oder nur Ballenannahme, kann natürlich auch sein. Aber es gibt ja kein Mischfutter als Ballen. Ich verstehe es nicht. Vielleicht irgendein Träger? Nein, das hat ja keinen Sinn. Hier kommt die Milchkanne drauf, glaube ich. Dann hier vorne. So Wasser rein. Ja, von daher habe ich wohl mal erst schauen müssen, wie wir das hier versorgen. Ja, machen wir vorne erstmal wieder zu. Wer weiß es schon. Ja, iss das mal. Hier seid wir jetzt versorgt, ne? Ja, versorgt noch. Ja. 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 Mal versorgt. Noch hier auf. Achtung, Ferkel, nicht bewegen. Hierzu. Ein bisschen Schweinefutter holen. Ein bisschen Schweinefutter holen. Okay, dann haben wir das auch. Wird erstmal alles versorgt für heute, glaube ich. Wenn wir mal hier schauen. Hinten. Auch noch Weizen. Auch noch Weizen. Guck mal, da ist ja noch der Sack drauf. Ja, noch nix. Stroh brauchen wir noch. Ganz gut. Sehr schön. Allmah. 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 8. 8. 8. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. Damit es die Schweine gut haben, ne? Jetzt habe ich nochmal damit rüber. Vielleicht nimmt er ja noch loses Stroh an. Und ich glaube aber... Da nimmt schon gar nichts an. Okay, versuch was wert. Wenn der andere Trigger ist, scheint es nicht zu klappen. So. Auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, ob am Wochenende eine Folge kommt. Ein Livestream wahrscheinlich nicht. Und daher genießt es, dass nichts kommt. Oder halt auch das Wochenende. Einfach nur so. So. Das zieht ein. Mit dem Blick. Vorabschiede ich mich von euch. Bis dahin. Euer Steffen. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Tschüss.